Vom Faltbachtal zur Jägertalhöhe Wir verlassen das Faltbachtal und gehen schräg rechts die Straße Richtung Jägertalhöhe hoch. Wir verlassen das Faltbachtalhöhe hoch. Wir verlassen das Faltbachtalhöhe hoch. Wir gehen durch eine verschneite Märchenlandschaft. Wir verlassen das Faltbachtalhöhe hoch. Dann machen wir die Länschaft. Vielen Dank. Nach der Jägertalhöhe geht es hinunter ins Tal der Weißen Ois. Im Tal der Weißen Ois nehmen wir die Straße auf der linken Talseite. Sobald diese nach rechts dreht, verlassen wir die Straße und gehen den Karrenweg gerade weiter. Immer wieder müssen wir die Weiße Ois überqueren. Oft ist es einfacher weit links am Talrand zu gehen. Sobald der Weißen Ois. 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 Auf der Kreuz- und Falthöhe geht es gerade über die Straße weiter. Sobald der Weißen Ois. Sobald der Weißen Ois. Sobald der Weißen Ois. Sobald der Weißen Ois. Umgehung der Wildtierfütterungsstelle. Beim Falthbachteich müssen wir links weglos hinauf in den Wald. Der Weg durch den Wald wird durch zwei Pfeilmarkierungen etwas erleichtert. Die zweite Pfeilmarkierung befindet sich beim Abstieg zur Forststraße. Sobald der Weißen Ois. 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 Wir queren die Straße die vom Jägertal kommt. Und nehmen die einmündende Forststraße beim Wald vorne. Rechtsabzweigung in die Straße die von der Jägertalhöhe kommt. Sobald der Weißen setzteßen unter den Weißen ojaufentag hat die praxis Nam einen Aussicht mit Martel Endlich erreichen wir das Faltbachtal. Und gehen entlang des Falkbachs zum Parkplatz zurück.